Ja, ich heiße Marcel Hartmann, lebe seit über 25 Jahren in Paris mit meiner Familie, habe drei Kinder, verheiratet. Was ich eigentlich immer suche in meiner Arbeit ist dieses, so ein bisschen das Familiengefühl. Das heißt, dass man in einer Gruppe arbeitet, dass ich eigentlich das Gefühl habe, mehr oder weniger Freunde zu fotografieren und mit Freunden zu arbeiten. Wir sind hier nicht weit weg von Nizza. Es ist wunderschön, September. Wir haben jetzt gerade ein Set aufgebaut, den ich gleich noch fotografieren muss, in der Familie, also so ein Familienbild gemacht wird und einfach auch ein bisschen Traum verkauft wird. Ich arbeite mit Mr. Brux. Er ist der Mann, das ist nicht ich, er ist der Mann. Wir sind zusammen, als Team, für über 13 Jahre, glaube ich. Ich habe die Nachrichten, dass Sie kommen und ich dachte, oh mein Gott. Jetzt ist es, danke Gott. Das ist es, die ganze Familie, die letzte Stück, die wir zusammenfassen haben, ist es. Ich wusste, dass, wenn ich ihn sehe, wird es so, wow, das ist es. Das ist es, das ist es. Das ist, was wir. In front of the camera, in front of the camera, in front of the camera, we can actually feel the atmosphere, it's not about trying to control everything, it's just about feeling, getting into it. Getting into the situation, it's not about faking it, it's about really doing it. Feel it, it's about lifestyle, it's about, it's how you do it every day. Zulanda business, you know, it's always nice. Oh my God, anything can happen. Anything can happen, you know. We laugh many, many, many times.